Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Urknall, Weltall und das Leben. Heute gibt es mal wieder einen Beitrag aus der Wissenschaft. Es geht um den sogenannten Compact Radiative Diverter. Ich werde gleich erklären, was das ist. Das ist was, was an unserem Togamag-Experiment hier, Astex Upgrade, entdeckt wurde. Vor nicht allzu langer Zeit und jetzt auch ein bisschen durch die Presse gegangen ist. Es gab auch schon Anfragen in den Kommentaren, was hat es damit auf sich. Ich könnte das mal erklären und das möchte ich heute versuchen. As always, there will be an English version of this video and you will find the English version under the link below. Gut, was hat es damit auf sich? Ich will jetzt gar nicht darüber reden, ob es ein Durchbruch ist oder ein Meilenstein oder was auch immer. Aber in der Presse sah es so aus. Neue Technik ermöglicht kleinere Fusionskraftwerke. Klingt super. Unser Astex Upgrade-Experiment, das innere Gefäß davon. Und die Frage ist, was ist die neue Technik? Wie kann das kleinere Fusionskraftwerke ermöglichen? Und worum es geht, ist eine neue Technik, um Wärme und Teilchen aus dem Plasma abzuführen. Ich habe schon mal darüber geredet, dass wir einen sogenannten Divertor haben. Den sieht man auch in dieser Struktur hier unten. Und zwar sieht man da diese Platten, auf die das Plasma geführt wird. Ich zeige das gleich nochmal im Detail. Und auf diesen Platten kommt die Wärme und die Teilchen an. Und das ist die sogenannte Divertor-Struktur. Also, es geht um eine neue Struktur im Divertor. Und eigentlich geht es sogar darum, nur wie man den Divertor besser ausnutzt. Jetzt möchte ich nochmal wiederholen, erstmal was ein Divertor ist. Weil das habe ich zwar an irgendeiner Stelle schon mal erklärt, aber ist vielleicht nicht allen präsent. Also, was ist der Divertor? Auf der linken Seite sieht man das Plasma in seinem Querschnitt aufgeschnitten, die magnetischen Flächen. Und das Plasma wird hier begrenzt, indem es innen an der Wand anliegt. Das heißt, diese rote Fläche hier, wir nennen das die letzte geschlossene Flussfläche oder letzte geschlossene magnetische Fläche, die liegt an der Wand an, am sogenannten Limiter. Dieser Limiter nimmt viel Wärme auf, wenn das Plasma da dran liegt. Und auch die Teilchen, die aus dem Plasma rauskommen. Und was passiert ist, das erste Mal wird er heiß. Und zweitens, die Teilchen, die da entstehen, die können ungehindert ins Plasma eindringen. Und weil das nicht der Brennstoff für das Plasma, also Wasserstoff ist, sondern eben das Wandmaterial, führt das zu einer Verunreinigung von dem Plasma. Auf der rechten Seite sieht man jetzt eine sogenannte Divertor-Konfiguration. Wir machen eine zusätzliche Spule, eigentlich mehrere Spulen hin, die dem Plasma so ein bisschen die Ohren langzieht. Dazu führt, dass es hier diesen X-Punkt gibt. Das heißt, es gibt jetzt die letzte geschlossene Fläche, das ist diese rote Linie, die sogenannte Separatrix, die frei schwebt und nicht mehr mit der Wand in Kontakt ist. Und außerhalb davon gibt es eine Schicht, die sogenannte Scrape-off-Layer-Upshell-Schicht, in der das Plasma längs der Feldlinien hier unten in den Divertor eben auf diese Strukturen fliegt. Und wenn man nochmal das Bildchen vorher anguckt, dann sieht man, das ist genau die Struktur jetzt hier unten, die man hier in 3D sieht. Das ist die Struktur, auf die die Leistung kommt. Wenn man hier unten guckt, das sind diese Platten, an die die Teilchen und die Energie kommen. Was ist das Tolle am Divertor? Da geht es jetzt im Wesentlichen darum, dass man die Plasma-Wandwechselwirkung von direkt in der Nähe des Plasmas mit dem Limiter verlegt hat, an eine Stelle, wo man relativ weit weg ist davon. Die Feldlinien, die gehen ja toridal um die Maschine rum, das heißt, die spulen sozusagen relativ lang auf dem Weg bis an die Platten ran. Man kann währenddessen Dichte und Temperatur miteinander austauschen. Das heißt, wo es am Rand noch heiß und wenig dicht ist, ist es im Divertor dann kalt und sehr dicht vom Plasma, was gut ist, weniger Erosion für den Leistungsfluss, der auf die Platten drauf geht. Und tatsächlich kann man so nicht nur die Wärme abführen sehr gut und auf dem Divertor deponieren, sondern auch die Teilchen abführen und eine große Teilchendichte im Divertor aufbauen, die dazu führt, dass man dann, wenn es neutralisiert ist, das sehr effizient wegpumpen kann. Und die gängige Meinung und auch sozusagen die Divertorkonfiguration wurde tatsächlich in Garching das erste Mal ausprobiert ab 1982. Deshalb heißt ASTEX auch ASTEX, Axial Symmetric Divertor Experiment. Und die allgemeine Lehrmeinung war bis jetzt, dass man sagt, hier unten haben wir so etwas wie eine separate Kammer, weit weg vom Plasma, hier unten drinnen, weg vom Kernplasma, haben wir die Plasma-Wandwechselwirkungen. Damit haben wir die verlegt an einen Ort, an dem wir sehr gut pumpen können und an dem wir nicht die Teilchen wieder direkt im Plasma finden. Und worum geht es jetzt beim Compact Radiative Divertor? Da wird man gleich praktisch die gleiche Konfiguration sehen, aber mit einem kleinen Unterschied. Und der Unterschied ist, also erstmal, es gibt einen technischen Unterschied. Wir können nämlich in ASTEX Upgrade die Divertor-Konfiguration sowohl unten als auch oben machen. Und unsere Experimente haben wir alle in diesem oberen Divertor durchgeführt, der dafür bessere geometrische Verhältnisse hat. Also man wird das Bild jetzt gleich spiegelsymmetrisch sehen dazu. Ich zeige das mal kurz hier. Also es sieht so aus, ich habe es jetzt wirklich einfach im PowerPoint rumgedreht und alles, was vorher unten war, spielt sich jetzt oben ab, aber das spielt für die Physik keinerlei Rolle. Also was sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir ein Bild vom Compact Radiative Divertor. Da sieht man erstmal oben in so einer Computeranimation die Divertor-Platten, das sind jetzt die vom oberen Divertor. Dann sieht man das Plasma, die Separatrix selber. Und daneben sieht man noch eine Linie, eine Flussfläche. Das ist jetzt ein Teil, sozusagen so eine magnetische Fläche, die außerhalb vom Plasma ist. Bis dahin geht ungefähr die Leistung. Und wenn man jetzt genau hinguckt, dann sieht man, dass der X-Punkt, also dieser Punkt, der den Divertor begrenzt, ganz, ganz nah an den Platten dran sitzt, was eigentlich im krassen Widerspruch zu dem steht, was ich gerade vorher gesagt habe. Gerade vorher habe ich gesagt, hier oben haben wir jetzt sozusagen viel Platz und eine separate Kammer und wir halten das Kernplasma weg davon. Und jetzt haben wir plötzlich gesagt, okay, wir schieben das ganz nah hin. Hier rechts gibt es sogar ein experimentelles Bild, wo das direkt auf der Platte sitzt. Und jetzt fragt man sich, ist das überhaupt noch ein Divertor? Das könnte ja jetzt auch wieder ein Limiter sein, weil die letzte Fläche eben direkt da oben drauf sitzt. Und ja, das widerspricht der Idee vom Divertor, Divertor, die ich vorher ausgebreitet habe. Und es ist aber ein sehr schöner Erfolg, dass das so funktioniert. Denn dieses Ding sieht zwar aus, wie wenn es ein Limiter sein könnte, hat aber ganz andere Eigenschaften. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen, um das zu erklären, warum die Eigenschaften so anders sind. Man sieht, ich zeige nachher ein Bildchen davon, sozusagen auf der linken Seite ist 15 Megawatt Heizleistung reingegangen. Das ist richtig viel Leistung. Und man sieht da drüber gelegt, sozusagen die Wärmebelastung auf den Platten, die überhaupt nicht groß ist dabei. Das leuchtet ein bisschen, aber lange nicht so, dass man ein Problem damit hätte. Warum können wir das jetzt machen? Warum schmeißt man alles über Bord sozusagen und machen den Divertor fast wieder weg? Und da gibt es ein anderes Phänomen, was wir eigentlich jetzt erst in letzter Zeit richtig gelernt haben zu beherrschen mit der Maschine. Und das ist, dass wir zusätzliche Verunreinigungen, also gezielt Stickstoff zum Beispiel, also Gase einblasen in kleinen Mengen in das Plasma, die dann dazu führen, dass in der Peripherie des Plasmas sehr stark gestrahlt wird über elektromagnetische Strahlung. Elektromagnetische Strahlung geht in alle Richtungen weg. Das heißt, es kommen nicht die Teilchen und die Energie längs der Feldlinien in den Divertor unten rein, in so einen ganz kleinen Bereich, sondern das geht an die ganze Wand und belastet ungefähr gleichmäßig die gesamte Wand. Das heißt, wir verteilen durch diesen Strahler, durch diese zusätzliche Strahlung, verteilen wir die Leistung letztlich im Gefäß. Und dadurch wird die Leistungsdichte viel geringer. Und dadurch gibt es keine große Wärmebelastung auf den Platten. Die Strahlung konzentriert sich tatsächlich in der Nähe von dem X-Punkt. Das sieht man hier. Das ist so verpixelt, weil es eine Rekonstruktion von echten, gemessenen Daten ist, wo man so eine Inversion macht. Aber man sieht, da gibt es so eine strahlende Zone. Und die strahlende Zone hält sich innerhalb vom Plasma, aber ganz am Rand auf. Sogenannter X-Punkt-Strahler. Und aus der geht jetzt die Energie in alle Richtungen weg und nicht eben wie sonst längs der Feldlinien direkt hier auf die Platten. Und dieses Ding strahlt so viel Wärme ab, bevor es überhaupt in den Divertor gehen kann, dass wir uns leisten können, jetzt das Plasma wieder ganz, ganz nah an diese Platten ranzuschieben. Das sieht man aber schon. Das ist was ganz anderes, als wenn man kreisförmige Flussflächen und einen Limiter hätte. Ich gehe nochmal zurück. Beim Limiter hier sozusagen, sind alle Flussflächen sehen gleich aus. Da gibt es praktisch hier keinen Unterschied, sozusagen, an welcher Stelle ich mich befinde in der poloidalen Ebene. Auf der anderen Seite sieht man, hier ist der X-Punkt. Der Strahler sitzt jetzt, würde in diesem Bildchen hier sitzen. In der Tat ist auch dieses Bildchen wieder so, dass man sich eigentlich so rum anschauen müsste. Und der strahlt jetzt eben in alle möglichen Richtungen ab und nicht nur direkt auf die Platten. Das heißt, wir haben erst gelernt, wie man den X-Punkt-Strahler macht, mit dem man die Leistung verteilt. Das hängt immer noch mit der Divertor-Konfiguration und mit diesem X-Punkt an der Stelle und der Aufweitung von den magnetischen Flächen an der Stelle zusammen. Nachdem wir das gelernt haben, können wir uns jetzt erlauben, das Plasma da so nah hinzuschieben. Und was total überraschend war, man könnte ja jetzt erwarten, dass wenn wir ganz nah am Zentralplasma sind, dass wir dann keinen Druck mehr aufbauen können, weil es ja keine geschlossene Kammer gibt. Aber dieses kleine Zipfelchen, was man da gesehen hat, von Divertor, der jetzt noch übrig bleibt, oder von dieser Region zwischen den geschlossenen Flussflächen, das sorgt dafür, dass sich immer noch genug Neutraldichte aufbaut, dass wir eigentlich genug pumpen können und nicht nur die Energie, sondern auch die Teilchen aus dem Plasma rauskriegen. Also wir haben letztlich durch diese kontrollierte Abstrahlung von Leistungen mit den Verunreinigungen dafür gesorgt, dass wir jetzt das Volumen von dem Divertor dramatisch verkleinern können. Und das heißt andersrum, wir können das Volumen vom Plasma dramatisch erhöhen. Ich zeige mir erstmal noch das Filmchen und dann zeige ich, wozu das führt. Also in dem Filmchen sieht man jetzt hier ganz schön, das ist im Prinzip, das waren Standbilder, die ich vorhin gezeigt habe. Da sind ja die beiden Linien, die Separatrix und dann, wo die Leistung hinkommt. Und man sieht also hier, wie die Leistung hochgefahren wird, unten in der Beschriftung, das geht jetzt rauf bis auf 15 Megawatt dabei. Und von den 15 Megawatt werden 12 Megawatt oder 11 Megawatt abgestrahlt. Und jetzt hier in dieser Phase sind es noch 10 in beide Richtungen. und tatsächlich sieht man, dass das wunderbar, also es kommt gleichmäßig Leistung da oben auf den Platten an, aber man sieht nichts leuchten, aufleuchten, sich ablösen oder sonst was. Wir kriegen die ganze Leistung homogen in der Maschine unter. Und das ist eigentlich die tolle Sache da dran. Und wie kann man jetzt den Reaktor größer bauen? Naja, hier ist unser Astex-Upgrade auf der linken Seite. So wie er aussieht, das sind die Toroidalfeldspulen, das blaue, dann sind hier die Poloidalfeldspulen. Und im Prinzip kann man für die gleiche Größe der Toroidalfeldspulen, wenn man jetzt da unten Platz macht und weniger Poloidalfeld machen muss, um sozusagen an der Seite, um den Divertor zu machen, kann man das Volumen tatsächlich vergrößern. Und der Vorschlag wäre, dass man in so einer Maschine wie Astex-Upgrade das doppelte Plasmavolumen unterbringt bei gleichem Toroidalfeld. Toroidalfeld sind letztlich die Kosten der Maschine. Also ich könnte für eine gegebene Geometrie, Struktur, Magnetfeldstruktur, die ich mit Geld bezahlen muss, könnte ich mehr Plasmavolumen drin unterbringen und damit auch einen effizienteren Reaktor machen. Und das ist eigentlich das Tolle da dran. Das ist jetzt also eine sozusagen nicht ganz einfach zu verstehende Geschichte, aber die Logik ist, wir hatten verstanden, wie der Divertor funktioniert, wir haben gedacht, wir müssen einen Teil des Plasmavolumens opfern, dafür, dass wir Leistung und Teilchen rauskriegen. Dann haben wir gelernt, wie man diesen X-Punktstrahler da etabliert, der stationär und kontinuierlich Leistung abstrahlt. Und damit konnten wir jetzt wieder das Divertorvolumen verkleinern. Es ist aber nicht so, dass wir einen Kreisschluss gemacht haben und den Divertor erst mal erfunden und dann wieder abgeschafft haben, sondern diese Eigenschaften vom Divertor, nämlich diese Flussaufweitung, die dazu führt, dass man effizient abstrahlen kann, und auch das Erhöhen des Neutraldrucks. Die bleiben uns beide erhalten, selbst wenn man den auf so ein kleines Gebiet in der Maschine zurückfährt. Und das ist eigentlich das Tolle da dran. Wie geht es jetzt weiter? Wir bauen die Maschine gerade um, sodass man das im O-Bahn-Divertor noch besser untersuchen kann. Wir versuchen, die Physik dahinter besser zu verstehen. Wir fangen an zu untersuchen, wie das in einem Fusionsreaktor eingesetzt werden könnte. Und wenn die Physikbasis sich erhärtet, so wie wir das jetzt verstehen, und wenn das extrapoliert zu einem Demonstrationsreaktor, dann könnte es gut sein, dass der nächste Entwurf des Demonstrationsreaktors tatsächlich so einen kurzen, kleinen, kompakt-radiative Divertor hat, ein größeres Plasma für gegebene Struktur der Torridalfeldspulen und damit auch eine effizientere Leistungsabfuhr und letztlich kompakter, billiger und zuverlässiger laufen könnte. Das war es für heute. Wie immer freue ich mich, wenn ihr Kommentare dazu schreibt, auch wenn ihr was nicht verstanden habt, da dran. Und wir lesen das immer und versuchen immer wieder, darauf zu antworten.